1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 9. 10. 11. 13. 14. 14. 15. führst du ja noch ein Dann hab ich auf gesagt 18. 23. 21. 22. 24. 24. 26. 24. 25. Weil Julian noch nicht mal auf Akimo was bist du und für einen Lappen Ich hab die nie gespielt Na und David hat die auch auf Akimo Ja und ich hab die trotzdem nie gespielt Probierst du mal was neues? Weißt du was denn der Schrot findet geil? Wenn du die hat so Fick dich Jawoll Der hat blaue Schrotpatronen Ja die sind so geil Jetzt gehts wir alle zählen Oh Witzingzucker Geht doch Aber wie Julian epiklich stolz sein muss So eine random tube dahin geschossen Hä? David don't play with one-shot weapons Das Ziel zerstört Fuck you Wir haben Bombe Bist du mit mir Julian? Julian hat die Bombe gedrobt Naja dann nicht Doch Ich seh sie ja Er ist da wo man hochgehen kann Was ist das? Da wo man hochgehen kann Aber Julian ey lass dich mal nicht so leicht wechseln Ja wenn du tschubst Ja wenn du im Shotgun spielst Ja und? Das erste Mal der hat aber nicht mehr ganz viel Der hasst was wohl Ich weiß was auf der Klasse fehlt C4 Nun gleich Weil es ist nämlich so eine Noobklasse Da werde ich so rumnuben Dumpfes Trauma Äh echt? Nimmst du dann Nimmst du ne Wortsichter Wie der Panisch rumrede Das ist eh Er redet immer rum Er redet immer rum Weißt du wenn die Bombe geplandet wird Sprinter der Astoren Dann crouched er wieder Ja macht er tatsächlich Das ist voll zu geil zu beobachten Ja guck nach rechts Bitte guck nach rechts Bom 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 Ich hab's gewusst Wollt 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 Ach der Schmidt Fall Efall OP ja Die vertiert nicht so hart wie Maschinengewehr Ja und die ist voll stark ja Ich hab Angst hier mal hinzulaufen Und mich wie er kippt Juhu Eheh Bheh Bheh Eheh 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 Gute Eheh Hat er die Bombegetrapp'd? Hat er die Bombegetrapp'd? Nein FUCK YOU AAAAAAA 좋아요 Wir을 1 Eheh евulfiez Zickezacke, red mit mir. Scheiße, Mann. Gut, 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 gut. Halt's Maul, du bist gestorben, du bist von ihm gemästert worden. Ja, ich mal Lappen. Ich habe einen umgebracht, der ist ein Igel, ja. Du, du Lappen. Du bist genauso gut wie Zickezacke und genauso gut wie ich. Da muss man hier gar nichts sagen, ja? David ist da echt. Na, guck mal da. Jawoll, Zickezacke! Wenn Zickezacke nur auf Cap'n, ja, dann messer der einen von hinten, ja, wie so eine Dreckssäure. Der hat sich erschossen, ne, nur so. Was willst du? Wenn Zickezacke nix sagen, ist das voll gut. Boah. Ich weiß gar nicht, was er immer hat. Was? Boah, wie du da um die Ecke kamst, ich hab dich gesehen, ey. Ich hab mich voll erschreckt, da grad so. Ja, ich hab... Wie der da um die Ecke kam? Aber wie schnell ich dann down war. Scheiße. Ich muss mal sagen, Waffen mit Holo-Visier sind eigentlich voll OP. Ja, überhaupt den 16. Ich muss mal sagen, wie es passiert. Ich muss mal sagen. Tschüss. Ich muss mal sagen, wie we es nicht gesehen hat. Ich muss mal sagen. Ich muss mal sagen, wie es passiert. Ich muss mal sagen, wie es passiert. so ein nube so gerade waffe gewechselt wir alle neue waffen ausprobieren p90 fall usw und der bernert mit seiner waffe ja ich dachte mich probieren 21 habe ich voll oft gespielt lieber dieselben waffen dachte ich mal haust du mal was anderes raus ja wer will mit mir hier ein bisschen rumspielen hier gezeigt schon mal nicht zeitlich gesegnet hatte ich auch richtig er war bei der die bombe abung abung hat sich getötet ja gemessert er war hinter die google euch warum höre ich meine eigenen schritte weil man das immer macht trotzdem aber ich bin doch nicht mit ninja ganz leise wotf bist du so verwirrt wie ich ich weiß auch gar nichts ich kann auch ganze zeit über die map it's going down den bach den bach den bach den bach den bach den bach den beruf schon habe ich irgendein gesungen das ich jetzt nicht mehr weiß jetzt so gern nicht so wie das heißt aber ich habe schon mal eine externe die julian's mutter hat richtig dicke hu das ist ein dass die mit den atomen zeichen geradeaus das sind findet aber zeichen machen wir haben wir in eigenen games sind und vor diese Tat machen Werbung mit ihren Spielen die können sie das nur an was wen gesehen es hat er da kommt ja über B in der Juli an wenn dich mit den Jürgen das ist vorbar hinter mir achtet sich ist etwas von der Wollte gerade auch der Berater Juli, nachladen! Was machst du? P90 ist der erste, Juli! Ich bin da aufgepasst, aber ich bin nicht durchgekommen! Das ist scheiße! Was ist das P90 mit der weitere Magazin jetzt? In die Bombe, du Krepel! I gots! I gots the bomb! Juli, da schießt jemand auf dich! Ja! Wer denn hab ich? Du bist so ein Noob, ey! Oh! Auch mit Shotgun! Ja, ja, musst du sagen! Hallo! Hoppla! Good Job! Panische Samtex auf den Boden klatscht! Was ist das? Ich bin so ein Noob, ich bin so ein Noob. Das ist so ein Noob! Der Tod des Samtex! Kann es sein, dass Ticket Sack in dieser Aufnahme noch nichts gesagt hat? Ja! Der sagt auch nichts mehr! Das ist heiß kalt der Typ! den kannst du jetzt zwei jahre vergessen gerade wir machen aber noch ein paar aufnahmen WTF ging das? Ach Gott, er war auf der rechten Seite Weißt du, dass du beide Maustassen gleichzeitig klicken kannst, wenn du mit der Ranger spielst und dann weiter gleichzeitig abfuhrst? Ja, ich weiß, aber wenn ich fehl, dann habe ich noch Umschluss zur Verfügung Ich weiß, du hast auch noch eine E-Tasse zur Verfügung Äh Äh Wenn ca. ein Pokémon wäre, dann wäre E-Tasse der Typ gegen den er eine Vierfachschwäche hätte Hätte dir so eine Kronate eingeschlagen? Ja, hab ich gehört Du bist fast getroffen Ja, Mann, der... Schieß, Julian! Nicht! Kommt sich jetzt ja getockt, ey, du hast Aber David macht voll irgendwie Psychoterror, ey Du hast Psychoterror? Du musst mich ganze Zeit umdrehen, ey Was? Du hast noch... Du hast noch... Äh... Du hast noch Fleisches, gell? Du kannst ihn noch so töten Fleisches Ja, du hast noch... Ja, du hast noch... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie du hast... Ich weiß nicht, wie du hast... Und... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Du hast dann keineaissez- aber feuerkraft pro ja geht das fingerfälligkeit braucht weniger kills wenn ich da war um zwei zu spielen aber spielst du nicht mit fingerfälligkeit und feuerkraft gemeinsam doch aber nicht aus meiner andere klasse rs ump und so ich habe mir warum sollte ich Oh, Zickezack hat was gesagt! Country, Rome, take me home! Was war ich ganz Zeit klar, Julian? Ich war ganz Zeit in der Hundhütze. Denn Hunde... Nein, ich wollte Klasse wechseln, dann haben wir geschossen. Bei dem Haus... Nein! Ich wollte nur Zickezack umbringen! Guck wie er die Predator angeguckt hat, jetzt musst du dir angucken. Die kommt nicht! Siehst du nicht, wenn du zwei Leute killst! Okay, danke fürs Zuschauen und tschüss!